das war mir klar dass ich ein bisschen was ich habe ein dinges ich bin so doof ich habe mein bücher egal ich habe nicht ich habe nicht gerade wenig davon ja meine lieben jungs und mädels wir kommen wieder zurück zu einem neuen teil minecraft hexet ja es ist wieder etwas zeit vergangen seit der letzten aufnahme ich habe etwa ungefähr über eine woche jetzt und ja ich habe mich gerade eben mal ein wenig hier umgeschaut da ist ein albatross ob ich erwische warte mal da ist ein albatross ich habe keine feier dabei sehr gut ja wie gesagt es ist etwas zeit vergangen ich habe ja in letzter zeit sehr viel die crew gespielt das ist ja rausgekommen deshalb habe ich da sehr viel zeit daran verbracht aber jetzt ist mal wieder ein bisschen minecraft dran nach einfach reicht ja ich habe ein infinity bogen meinen guten alten infinity legia bow und man direkt zwei pfeile verschießt so hat immer pass auf zielübungen an einem albatross krieg ich den drei pfeile sogar ach komm schon den krieg ich doch den welchen kriegen oder ich glaube das ist zu hoch ziele das war knapp jetzt glaube ich habe egal ich habe da unten den den dinge getötet den sache schnell den den tintenfisch da unten ich treffe nicht wieso treffe ich den kerl nicht das gibt es doch nicht voll der voll der coole albatross jetzt habe ich glaube ich getroffen warte mal mal gerade mal hinfliegen mit meinem electric staff ja der dürfte weg sein ich habe ihn ja auch die ganze zeit erwischt kann natürlich auch sein dass der die ganze zeit hallo sound sound von meinem electric staff ist nicht mehr da egal jedenfalls ich habe jetzt mal ein bisschen meine map a jetzt kommt die jetzt kommt der sound ich habe mich ein bisschen auf der map hier umgeschaut dann habe ich dieses tolle platto hier entdeckt und habe ich direkt eine richtig geile idee gekriegt was man daraus machen könnte und zwar könnte man hier aus eine richtig schöne geile terrasse bauen mit so richtig schön blick aufs meer und ich würde sagen dann fange ich heute auch mal an weil ich möchte mal ein bisschen ein bisschen bauen auch in minecraft das ist ja der sinn in minecraft der sinn besteht natürlich nicht nur in hexes sämtliche schlösser und sachen zu plündern sondern auch mal ein bisschen zu bauen und wie gesagt das möchte ich heute ja mal ein bisschen machen ich möchte ein bisschen bauen die nächsten folgen das werden heute in angriff nehmen wird jetzt hier erstmal das ganze zeug weg rufen das ist das bäumchen hier bäumchen muss leider weichen und wenn wir dann das ziemlich soweit hier schön glatt haben alles ich muss nur gucken bis zu welcher ebene ich hier runter ziehe dann werde ich mir eine wunderschöne terrasse hinbauen die ich sogar mit holz und so auskleiden werde ich habe nicht wirklich vorher überlegt was ich machen werde ich habe jetzt nur überlegt dass wir auf jeden fall ein bisschen was bauen das war das einzige was ich mir heute als ziel gesetzt habe und dann habe ich halt kurz bevor ich daraufhin gestartet habe habe ich halt mir mir den den ort ausgesucht wo ich bauen möchte sozusagen natürlich ein problem weil wir auf der ebene sind aber ich denke mal das ist eigentlich eigentlich ja kein problem brauchen wir halt auf verschiedenen ebenen und so schöner sieht es nachher aus finde ich wenn alles auf einer ebene ist ist ja auch scheiße also das meinten meinen also so denke ich auf jeden fall dass das doof aussieht dann so ich würde sagen wir lassen das hier so ich könnte das hier eigentlich noch alles weg rocken bis ich auf stein stoße das sieht soweit ganz gut aus ich würde sagen auf der ebene bleibe ich auf jeden fall warte mal der baum der baum muss noch weichen denn der nimmt mir die sicht so ein bisschen so zack der baum ist weg so hier hat er kann schon die ganze scheiße mitnehmen ich würde sagen ich brauche jetzt gleich schon mal den weg in mein haus rein damit ich nicht immer hier außen rum laufen muss war gerade ich war aber gar nicht brauche ich war gerade kurz hier rein leg mich mal direkt mal ins bett weil jetzt wird es nämlich gerade nacht weil ich will nicht erstens in der nacht bauen und zweitens ja wegen monstern und allem habe ich hier keinen bock drauf so jetzt ist natürlich die frage wo kann ich den den zugang machen ich könnte den mitten durch die durch die dingens hier bauen durch die küche oder ich muss mein zimmer versetzen was ich auch machen könnte indem ich jetzt einfach meinen schlafzimmer versetze wenn ich es endlich so nicht ausgesprochen habe tue ich es bereits das ist ja üblich für mich ich mache einfach was und sage das nicht so obwohl warte mal sekunde wir können dass wir könnten die wand eigentlich stehen lassen oder zumindestens diese durch wir könnten so eine art durchreiche oder so eine art bar könnten wir machen deswegen können wir das eigentlich gerade mal stehen lassen hier sekunde mal es ist so ruhig nicht muss man mal dringend mal selber musik anmachen oder nebenbei meine playlist laufen lassen einfach weil es ist selbst für mich gerade sehr ruhig weil ich schneide die musik ja die im hintergrund hoffentlich gerade läuft ich habe in den letzten parts keine musik hinterher laufen lassen die schneide ich jetzt zusätzlich hinein in das video mit meinem tollen suny vegas was ich vielleicht auch irgendwann mal ändern muss weil ich gemerkt suny vegas ist zwar sehr geil aber das rendert schon sehr lange ich bin da mit ein paar youtuber befreundet und die sagen alle das ist ein bisschen lange dort wie lange ich rendere deswegen ich muss mal gucken vielleicht ein anderes schnittprogramm nutze bald wobei ich kann mich eigentlich nicht beschweren ich finde so lange ist es gar nicht so hat man gerade ich bin mich am kopf verquatschen muss man gerade eigentlich von außen mich rein graben damit ich nachkommen kommen hier aber das so weil ganz ehrlich ich glaube ich brauche meine waffen glaube ich gerade gar nicht jetzt bin ich eh am bauen bei der schwert lasse ich mir lieber noch das wäre vielleicht besser aber dazu die werkzeuge nach vorne und auch schon mal hier was zum bauen den buch machen wir auch mal gerade weg ich packe den mal gerade einfach kurz weg das zeug weil ich glaube wirklich so möglich wie gesagt ich brauche es wahrscheinlich gerade erst mal nicht zumal wir haben wir gerade hier das zeug kann was ich gerade verbraten habe muss das neue zeug alles schon mal hier warte das will ich hier in die krebs truhe erst mal rein tun alles was ich gerade verbaut habe das kann weg das kann auch wieder weg und hier die erde die nehmen wir gleich mal kurz noch mal mit und setzen die gleich mal woanders hin so und dann machen wir nämlich die truhe auch direkt weg machen wir das erstmal so sekunde muss erst mal ein bisschen überlegen was ich jetzt mache genau wie ich es mache gerade die truhe kurz mal versetzen ist eigentlich normal übereinandersetzen ja das ist schon gar nicht mehr so lange nicht wirklich intensiv minecraft gespielt da weiß ich das schon alles gar nicht mehr dass das 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 alles war da rein gerade so ich will jetzt anfangen zu bauen deshalb sekunde aber gerade hierhin das sind so die werkzeuge die ich brauche später mal damit ich wieder unterwegs bin so alles klar dann machen wir gerade den electric step da dahin damit wir mal besser hier uns bewegen können ich würde sagen warte mal ich will gerade kurz schauen wo kann ich den eingang hin bauen wo wäre der eingang nicht schlecht ich muss aber gerade ein bisschen überlegen auch wie ich das design mache ich könnte es natürlich so machen ich könnte mich der landschaft anpassen indem ich hier so eine art schräge baue und dann hier eine art großes rundes plateau baue das könnte ich machen das wäre eine idee so müsste ich natürlich dann weil ich das aus holz alles mache ich noch alles weg robben aber das wäre zum beispiel eine idee und dann könnte ich eigentlich den eingang da drüben hin bauen wenn ich das jetzt hier weg roppe hier muss gerade mal die kohle kurz raushauen aber schon mal dabei sind kann man das mal gerade machen wollen wir immer die kohle eben ab kohle kann man ja immer gebrauchen also eigentlich immer auch in häxen kann man es denke ich mal gebrauchen kommt schon aber wie groß ist das ding dann noch okay alles klar auf das eisen noch kommt immer das mal mit muss ja nicht hier hoch vor sich herum vegetieren und rosten nehmen wir das eisen war gerade mit wobei erz rostet erz ich weiß es gar nicht ob eisenerz rostet und zwar genannt verschlosser aber ich weiß nicht ob das scheißeisen auch rostet wenn es im roh zustand ist weg 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 sozusagen die ebene behalten wir uns dann robben wird das noch alles weg das alles weg hoppen das da weg hoppen das da weg hoppen oder den vorsprung hier weg haben können wir dann anfangen uns in die richtung dazu bauen wo wir unser häuschen ist das alles mal hier mit klatschen ob das weg mal alles jetzt hier weg weil das wird dann so eine gerade ebene hier so einsammeln alles schön weg mit der blume als ich kill mal die palm trees ich mach dir mal gerade platz den redstone nicht hat gesehen den mal weg den auch noch lassen wir mal gerade weil der stört mich von der sicht her nicht so da packt man das alles mal ein hier sehe ich das palm treeholz aus das ist so grünlich das ist komisch aus dem specks ein wenig komisch das zeug ich habe jede menge liegen lassen gerade hier alles mal einsammeln so passt perfekt ja gerade dass ich habe das zwar gesehen aber es ist mir immer gerade latte die haben wir noch weg und dann würde ich sagen was wir gerade kurz wieder weiter weg gehen könnten wir es ist eigentlich ganz gut da was ich da gemacht habe das könnte quasi das könnte ein fenster sein dann würde ich sagen mache ich mir jeden eingang hin der eingang ist dann dort dann habe ich aber da keinen platz mehr das heißt ich müsste dann doch noch erweitern indem ich dann hier quasi das dann so mache das wäre sehr groß aber sieht gar nicht mal schlecht aus dass man das dann weghauen hier oben gerade noch mal kurz weg damit ich so einen rahmen habe aus zumindest aus stein weil ganz ehrlich warte mal erst mal gerade hier den eingang reinhauen so erst mal der eingang so jetzt ist natürlich ein bisschen bisschen hier abbauen das kann natürlich ein bisschen was dauern aber gut ich habe ja auch nicht ich habe ja auch schon eine diamantspitzhacke kann ich ja froh darüber sein dass ich jetzt keine billige spitzhacke oder sowas habe besser wie nix erst mal so dann haben wir erstmal hier so ein kleines grundgerüst schon mal stehen so darunter fängt der dingens an ein bisschen schon der marble und jetzt ist halt die frage soll ich das design so weiterführen wie ich schon angefangen habe mit den cobblestones oder soll ich jetzt schon mal gucken dass ich das endgültige design oder so finde wobei da müsste ich mir auf die suche nach holz und so nach richtigem holz und so machen ich würde sagen ich lasse erstmal noch alles im cobblestone stil und werde das irgendwann dann noch verändern in äh in den richtigen stil oder die richtige richtiges zeug was wir dann haben wollen was ich dann haben möchte entschuldigung ich verplappere mich gerade ein wenig so ja das sieht doch mal ganz gut aus so warte mal ich mache gerade hier die erde weg weil ich ja hier möchte ja hier ein plateau später haben ein kleines mindestens so ein stück weit deshalb würde ich sagen machen wir das so klopfen gerade noch hier alles weg so weit bis ich dann anfange die schräge zu bauen warte soll ich noch einen rüber ziehen oder er kommt einzig noch rüber erstmal ich gucke mal ob ich das vielleicht auch noch verändere gleich und dann würde ich sagen gehe ich so schräg hier drüber bis ungefähr bis hier vorne vielleicht bis ungefähr hier hier kann ich dann die stelzen bauen und darauf mache ich dann die terrasse würde ich sagen ja ich möchte eine richtig schöne terrasse haben die auch ein bisschen übers meer mehr also dass du übers meer schauen kannst das sieht dann richtig cool auch aus so dann würde ich sagen lassen wir das hier so weit und gucken jetzt mal gerade dass wir uns von unserer von unserer Behausung ach guck mal jetzt bin ich ja schon da drüber jetzt bin ich ja quasi schon da drüber ja das ist natürlich ein letztes kleines problem was ich habe ich könnte mir natürlich eine treppe jetzt hier rein zielen das ginge natürlich auch wie ist denn weil da bin ich nämlich da schon wo ich hin wollte das könnte ich natürlich machen wenn ich da jetzt mich da oben wenn ich mir da oben eine treppe hinsetze ich mache mal gerade nur kurz eine kleine treppe da mal hin provisorisch so da bin ich ja quasi schon auf der ebene die ich habe dann aber die treppe ist scheiße weil die treppe endet ja dann direkt direkt hier vor wäre ja blöde ganz ehrlich deswegen machen wir das anders ich baue mich mal gerade warte mal ich gehe am besten von oben von oben und gucke wo ich hier oben die die äh dinge hinsetze die ah weißt du was ich jetzt mal gerade mache da habe ich jetzt mal echt bock gerade drauf wir gehen schon die ganze Zeit drüber nach und zwar ich möchte gerne mal wo haben wir es äh was hier ja ah was ich möchte mich mal gerne ein bisschen TNC ein bisschen TNC zünden warte habe ich ein habe ich eins ich habe glaube ich kein Feuerzeug muss ich mir ein bisschen ne das Aluminium ich brauche aber Eisen Eisen plus Flint irgendwo Flint sieht Flint in Spex aus weiß ich auch nicht mehr Gunpowder ah da Flint zack und zack Flint Feuerzeug ein bisschen sprengen ein bisschen will ich sprengen hier so dahin gibt Gummi sehr gut dahin gibt Gummi schneller geht es nicht sehr gut gibt Gummi was haben wir hier noch komm machen wir hier noch eins hin ich mache da aber noch einen Block drunter weil ich will das da oben haben zack gibt oh ups warte ich zünde es von da hinten äh gibt Gummi zack das brennt ich sammle ein oh ich habe mich erwischt ist ja egal ich baue mal gerade einen kleinen kleinen Gang da rein boah dann immer gerade irgendwas irgendwas rein mit da oben da einzeln sind ich das dahinter Achtung weg hier das war mir klar dass ich ein bisschen was ich habe mein Dinges ich bin so doof ich habe mein Bücherregal zerstört egal ich habe ja nicht ich habe ja nicht gerade wenig davon ja da habe ich ein schönes kleines Loch reingebratzt ja very nice aber umso besser jetzt habe ich Platz jetzt kann ich erst mal gucken wo ich was hinbaue ich weiß noch mein Bett wo ist mein Bett eigentlich äh Bett hier ne nee das Bett Mensch diese scheiß Kokosnüsse ne die scheiß Kokosnüsse mal wegschmeißen ja jetzt jetzt habe ich natürlich mir ein größeres Loch da reingebraten aber das ist ja nicht so weil nicht so schlimm hallo oh so armes Skelett tut mir aber leid auf Wiedersehen so ja ist halt jetzt haben wir ein Loch drin und können das erstmal ausbauen ist doch auch nicht schlecht so diese scheiß Kokosnüsse ne meine Fresse so ein Mist hier am meisten müllt einem alles zu diese Dreckskokosnüsse ne echt schlimm weg mit dem oh das war nicht gut scheiß Zeug so Mensch gut das bräuchte ich gerade nicht und das auch weil ich brauche mir gerade alles aus Kokosnüsse hier drunter nochmal gerade hier kurz einen Boden aus Kobbel Stone zack 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 das auch noch wieder weg so und dann hier alles dahinter weg 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 so dann haben wir nämlich hier erstmal unseren Abgang und hier geht es dann weiter ich würde aber sagen ich mache das hier wieder zu so weit warte hier zu machen nein da oben da oben so und dann würde ich sagen kommen egal machen wir das mal gerade hier zu damit das wenigstens da noch zu ist würde ich sagen wir euch mal gerade hier sind da noch mal gerade eins sind mal gerade Kollege hier noch eins und verkacke wahrscheinlich und werde jetzt sterben gut so weit ist die Reichweite nicht passt so schön hier was reingesprengt erspart mir ein bisschen Arbeit auf jeden Fall so das Problem ist ich muss jetzt erstmal wieder ausleuchten damit jetzt hier nichts mehr spawnt wenn ich mal gerade so mache während ich es tue während ich es sage tue ich es schon mal wieder wie man mich kennt so papp alles hier schön auf eine Ebene ziehen machen wir das hier mal ein bisschen zu so mein Ende war ja hier das heißt ich muss eigentlich hier ja zumachen hier war ja die Endwand so oh upsala da habe ich gerade gegen das Mikro geschlafen weil ich mich im Ohr jucken wollte Entschuldigung es tut mir leid äh und ja wir sind leider am Ende der Folge angelangt sich gerade wir sind schon über die plikatorischen 20 Minuten drüber ich würde sagen wir machen einfach in der nächsten Folge dann mal weiter das war es dann für diese Folge und ich würde sagen wir sind einfach in der nächsten Folge wieder macht's gut Leute tschau ja 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 Bis zum nächsten Mal.